Ich habe meinen blauen Haken wieder abgegeben. Ich habe mein Abo gekündigt und ich denke, ihr als mein Volk habt ein Recht dazu, zu erfahren, warum ihr meinen blauen Haken nicht mehr seht. Wirkt so ein bisschen wie eine Pressekonferenz. Tue mich hier auch ein bisschen wichtig, was wieder vielleicht zu dem Bild passt, dass ich ein Typ bin, der sich einen blauen Haken kauft. Für die Leute, die es noch nicht wussten, man kann sich jetzt glaube ich so seit einem Monat einen blauen Haken kaufen auf Instagram. Kostet 16,99 Euro und man kann sich berühmt fühlen. Früher musste man noch was erreichen für den blauen Haken. Man musste zu Temptation Island gehen oder Axe on the Beach oder irgendwas Wichtiges getan haben für die Gesellschaft. Sich aufgeopfert haben. Mittlerweile konnte sich das Ding jeder kaufen und auch mir wurde es angeboten und ich hatte einen schwachen Moment und dachte, das ist eine gute Idee, Moritz. Ich glaube, 17.000 Follower, du hast es langsam verdient, diesen Badge, dieses Abzeichen mit Würde, zu tragen. Und ich war nicht der Einzige. Am ersten Tag haben auf Instagram einfach, warte, ich muss die Zahl nachlesen, 44 Millionen Leute haben sich diesen blauen Haken gekauft. Ich finde 17 Euro im Monat echt eine Stange Geld. Aber 44 Millionen Leute haben zugeschlagen. Was ja irgendwie dafür spricht, Instagram hätte noch viel mehr Kohle für den blauen Haken nehmen können. Und eine Sache, die ich unterschätzt habe, ist, ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele Leute den blauen Haken kaufen. Und ich finde, der blaue Haken hat mittlerweile so einen trashy Vibe, oder? Wenn man einen blauen Haken sieht, wenn man auf so einen Account klickt, in den meisten Fällen um die 1.000 Follower haben die Leute, plus minus 85, sind meistens Männer. Also ich glaube, das ist vor allem so ein Männerding, ist halt so ein Statussymbolding. Männer kaufen sich auch Sportwagen und teure Uhren. Frauen kaufen sich Handtaschen. Oder lassen sie sich kaufen. Frauen kaufen, ja. Aber es ist auch lustig, dass ich jetzt über die Leute lästere, die sich den blauen Haken gekauft haben. Weil ich so sage, ja, das sind alles so Idioten. Ja, ich bin genau so ein Idiot, der sich's gekauft hat und dachte, ich dachte, ich kann mich da so durchschlawinern. Ich dachte, es fällt keinem auf. Ich dachte, ich bin vielleicht einer der wenigen, die das macht. Und es ist natürlich komplett dumm. Also diese enttäuschte Erwartung. Es hätte mir klar sein müssen, wenn man Leuten die Chance gibt, Status zu kaufen für 17 Euro, dass die Leute dann zuschlagen. Aber ich finde, dieses Statussymbol wurde von Instagram halt komplett zerstört, weil es einfach zu billig auf den Markt geworfen wurde oder einfach für jeden verfügbar gemacht wurde. Das bedeutet doch jetzt einfach gar nichts mehr. Naja, ich habe das Abo jetzt gekündigt. Ich muss es noch, ich habe den blauen Haken jetzt aber noch eine Woche, bis das Abo ausläuft. Ist so ein bisschen wie ein Tattoo, was man sich besoffen hat, stechen lassen. Und jetzt werde ich es halt nicht sofort los. Jetzt muss ich halt erst ein paar Laser-Sessions machen, bis es wieder verschwindet. Der blaue Haken hat so ein bisschen Vibe von einem Ed Hardy-T-Shirt, oder? Irgendwie vor 15 Jahren war es mal eine Woche lang cool, Ed Hardy-T-Shirts zu tragen. Und jetzt ist es einfach nur noch trashy. Stell dir mal vor, du hast ein Ed Hardy-T-Shirt, du darfst es aber nie ausziehen. Du musst überall mit diesem Ed Hardy-T-Shirt hingehen. Der blaue Haken. Der blaue Haken ist off, es ist vorbei. Vielleicht, ich weiß auch nicht, was Promis jetzt machen, ob die vielleicht den blauen Haken abgeben. Ich glaube, die richtig coolen Leute sind die Leute, die einfach sagen, ihr scheißt drauf. Ich habe 50, 100.000 Follower, vielleicht eine Million Follower und ich habe keinen blauen Haken. Da sagt auch jeder, ey, was für ein cooler Dude oder was für eine coole Frau. Die scheißt einfach drauf. Ich glaube, das ist das neue Status-Symbol. Keinen blauen Haken haben ist das neue Status-Symbol. Ich bin jetzt mal gespannt, was Instagram macht. Weil einer der Gründe eigentlich, warum ich mir den blauen Haken gekauft habe, auch war Sicherheit. Instagram hat gesagt, hey, wenn du einen blauen Haken, wenn du diesem Programm beitrittst, dann gewähren wir dir mehr Sicherheit. Wir antworten im Support. Wenn du deinen Account verlierst, dann helfen wir dir schneller auch wieder den Account zurückzukriegen. So ein bisschen Schutzgelderpressung, ein bisschen mafiosische Strukturen. Ich habe es gemacht. Ob Instagram mich jetzt von der Plattform runterschmeißt, wir werden sehen. Instagram hat am ersten Tag, also diese 44 Millionen Leute, die sich den blauen Haken gekauft haben, Instagram hat am ersten Tag 660 Millionen Dollar damit verdient, monatlich. Und das war nur der erste Tag. Das heißt, die werden wahrscheinlich 100 Millionen blaue Haken verkauft haben, was ja, glaube ich, irgendwie fast 5 bis 10 Prozent aller Leute auf Instagram sind. Also eigentlich bedeutet das gar nichts mehr. Ja, was denkt ihr, was gibt euch das für ein Gefühl, wenn ihr irgendwie einen blauen Haken irgendwo seht? Das ist doch nicht mehr das Gleiche wie früher. Es ist auch lustig, dass ich über die ganzen Idioten schimpfe und ich der gleiche Idiot bin, der es gemacht hat. Ich will auch nicht für alle Zeit ausschließen, dass ich mir ihn vielleicht nochmal hole, den blauen Haken. Vielleicht wird das auch so eine toxische On-Off-Beziehung, wenn ich irgendwann nachts voller Selbstzweifel im Bett liege und irgendwie Bestätigung brauche und von nirgendwo her kriege. Vielleicht wieder irgendwie eine Hate-Welle über mich einbricht, ein Shitstorm und dann kaufe ich mir den blauen Haken wieder und dann geht es mir für 5 Sekunden wieder gut und danach geht es einem wieder schlecht. Gut, wir sind gespannt, wie das ganze Thema weitergeht. Übrigens, ich habe einen Podcast, der heißt Blumenhol. Hört da gerne rein auf Spotify, auf YouTube, auf allen Plattformen, die ihr so kennt. Und ansonsten, peace out, das war es von mir.